Hallo leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten video und wir spielen mal wieder devil my cry 5 Wir hatten zuletzt die mission 16 abgeschlossen mit dante natürlich und ja wir machen jetzt auf jeden fall weiter Und ja wir haben eine neue Waffe im letzten part bekommen die king ciberius waffe die macht von king ciberius ruht in dieser Wandlungsfähigen waffe mit formen für eis feuer und blitzangriff richtig geil Diese waffe kann zwischen drei modi wechseln eis nun kack nur jaco mit j im smart master stil feuerstab mit B Schock geil okay erstens das gleich aus so wir sind bei 17 brüder 15 juni 14 uhr 1 Ich wollte es zu bemerken und liebten, aber ich war alleine Mein einzige Wahl war zu überleben V Du musst dich aufrufen Miro Bin ich mal gespannt. was das ist jetzt nicht dein ernst das ergibt doch überhaupt keinen sinn aber gut wo wir können natürlich wieder was aufwerten machen wir auf jeden fall ja so wir haben häufig schwert und wir es auch neu wir es werden wir erst mal austesten sieht aber schon cool aus die machen wir auf jeden fall nicht sind im träger wusste ich gar nicht 40 ok ich kann das mal wieder auch noch was freischalten kann gut das gelernt dann speichert dafür erst erst mal um und stadt vergel hey is that the damn fruit you been jabbering about doesn't look so special to me war noch ein bisschen salz in die bunde ist sie tried to save you to she kept searching and searching until i kill her Ich habe keine Erinnerung von dieser Geschichte, sondern von diesem Ort. Es ist alles eine Illusion, kreiert von dieser extraordinarischen Frucht. Its Macht, ihr wisst, ist alles, was ich immer wollte. Ich habe alles. Ich habe alles. Nein, Bruder, ihr habt alles nicht. Das letzte Shred of Humanity, das du noch hattest, du hast es einfach verloren. Das ist nichts, aber ein pitiful Kriis von denen, die keine Kraft haben. Komm zu mir, Bruder. Der sieht ja jetzt noch ein bisschen cooler aus, oder? Auf jeden Fall, oder doch nicht. Er sah vorher cool aus. Oh, oh. Er kann immer noch die gleichen Fähigkeiten. Versucht mal, uns nicht treffen zu lassen, so gut es geht, aber ich denke mal, das haben wir gleich. Autsch. Oh. Aber egal so. Au. Na auf, wie ich so treten, du Sau. Stimmt, wir haben eine neue Waffe, die können wir ja auch mal austesten. Au. So geht das aber nicht. Die Waffe ist ja richtig scheiße. Du solltest ja keine Waffen testen in einem Bosskampf. Aber das kann wir jetzt erstmal machen. Ja, die Attacke haben wir gerade neu gelernt. Ah, das war nichts. Wir sind verlangsamt. Autsch. Da unten liegt aber. Wir müssen jetzt irgendwie an diesen Spinner dran kaufen, sonst haben wir gleich zum ersten Mal verloren. Okay. 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 Oh, das ist mies. Oh, fuck. What's wrong, Vergil? There's no time. Come back. Oh, fuck! Oh, fuck. Ah, nein! leben das habe ich jetzt nicht erwartet okay wir sind erst mal gestorben jetzt bin ich ja mal gespannt wir können rote kugeln oder eine goldene kugel nutzen machen wir jetzt haben wir aber auch hundertprozentig besiegt hoffe ich wenn ich mal kommen will wir haben jetzt gleich auch wenn wir verdammt auch wenn ich verdammt schlecht gespielt habe habe ich trotzdem endlich besiegt ist das jetzt bin ich ja mal was wie jetzt macht Das letzte Drogen von Dürfen, ich sehe. Oh, 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 oh. V, geh zurück. Things are about to get really messy. No, please, let me. I want to end this battle with my own hands. Do not struggle, or if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not a Dante. I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Yet we are connected. By that one feeling. Wow, that branch is mixed with mine. And our roots. Together join. And our roots. We are going to win. We are going to win. We are going to win. And we are going to win. 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 We are going to win when we win. But we will have to win. We will win. I will win. I will win. And we will win. so zack leider muss ich es ja wieder mal mit dem clipfänger aufhalten aber wir sehen uns das auf jeden fall nächsten part genauer an ich hoffe trotzdem der part hat euch gefallen wir haben noch drei missionen vor uns die 18 die 9 und die 20 und dann haben wir das spiel durch ja ich hoffe es hat euch gefallen haut rein bis zum nächsten mal und ciao